Ja, dass wir hier mal wieder gegen Naga kämpfen, aber so viele Königswachen und oh, die sind voll aufgemotzt. Schön mit der Heil-Valent daher heilen. Mana-Probleme sollten wir hier nicht allzu viele haben. Ah, aber Jaina kriegt Erfahrungspunkte, sehe ich gerade. Was hat sie eigentlich? Uh. Das ist ja nett. Was liegt vor mir? Sie hat die Fähigkeit eines Zauberbrechers mit diesen Handschuhen. Ich habe wiederum aufgenommen. Können wir die hier doch gleich benutzen. Ja, jetzt gehört uns das Meereselementar. Und weiter geht's. Darunter müssen wir ja, wenn ich es recht gesehen habe. Ich handle instinktiv. Unsere Wege kreuzen sich. Hm, Auferstehungsstein. Ich wandere allein. Dort muss irgendwo das Nest der Schlangen sein. Wenn wir die überlebenden Menschen finden, können wir feststellen, ob sie unserer Sache dienen oder nicht. Wie viele Nager sind denn hier noch? Und was wollen die überhaupt hier? Ja. Ich habe wiederum rausgekommen. Auf der Pirne. Sogar nur Murlocs. Oh, da hinten ist ein Goblin im Laden. Den schauen wir uns doch mal an. Mehrere Wasserelementare kommen an. Immer wieder praktisch. Was haben wir denn hier Rolle? Schützesrolle, Tempos, Mana-Rolle, Heilrolle. Oh, Folianten von Kraft, Beweglichkeit und Intelligenz, aber leider ziemlich teuer. Ich denke mal, einen können wir uns leisten. Und vielleicht sogar noch einen zweiten. Ah, nee, doch, kann ich nicht. Gerade nicht ganz auf meinen Goldstand geschaut. Nun denn, weiter geht's durch Murlocs und Naga und was da sonst noch kommen mag. Die Heilwelle von dem halt mittlerweile auch ganz schön viel. Oh, sehe ich ja gar nicht gerne einen Flutwächter. Oh, komm. Huch, da haben sie uns die Chainer erlegt. Passt mal mal ein paar Sekunden nicht auf. Na, die Chainer ist ja gleich wieder bei uns. Ich bin mir nicht sicher, wer Chainer behalten können, daher würde ich denen jetzt eigentlich nur einen von den beiden geben. Intelligenzfolianten sind zwar meiner Meinung nach gerade für das spätere Spiel, wenn die Helden sowieso schon zu stark sind, sind es irgendwie die Schwächsten, aber naja. Beweglichkeit und Krafthelden bringen im späteren Spiel einfach mehr. Misha, das Vieh haut ganz schön rein mittlerweile. Ja, hab's nicht umsonst so hoch geskillt, der ist ja schon nach Maximalstufe, oder? Ach, da ist ein Held. Ja. Ja. Ich bin nicht so grob wie Eich. Entfesseln meine Kraft. Ja. Oh, ist hier noch jemand? Ah, da ist die. Ich weiß schon, warum Naga eigentlich mein Lieblingsvolk ist. Einfach wegen diesen verdammt fiesen Tricks, die sie da immer haben. Was haben wir hier? Runenhandschuhe. Weg mit dem Blöden Fähig, das brauch ich eh nicht. Kraft und Rüstung plus 3, ja, warum nicht? Ich bin zur Spurensuche bereit. Auf der Pirsch. Ich habe Witterung aufgenommen. Die Chainer wenigstens etwas mehr aus. Die scheinen ganz schön viel Hass auf die Schlangenschutzteile da zu haben. Wenn wir die sofort wegkauen wollen. Ich bin zur Spurensuche bereit. Und so langsam brauchen wir die ganzen Skills unserer Helden mal wirklich. So, ist hier oben noch was? Nee. Auf der Pirsch. Wie ich kapier schon, Mann. Ich kann helfen. Hört sich interessant an. Auf meine neue Misha, die alte war schon etwas zu beschädigt. Das sind langsam ganz schön viele Wasserelementare. Ich weiß, was ich habe. Die Mutter kommt, Mann, ja. Ihr seid ein Dreckscher. Ich kann helfen. Das war genau. Wie heißt... Heilung, Mana und Abschirmen. Oh, da kommt ja einiges an uns zu. Aber schön, dass wir Jaina mal wieder haben hier. Oh, jetzt muss ich den Drecksatz erlegt. Oh, ich weiß nicht. So groovy, ey, Alter. Hm. Ich hätte gedacht, nachdem Reksa gefallen ist, wäre es vorbei, aber gut. Oh Gott, Rokan hat zum Glück genug Mana. Ach, wie die Kettenheilung, die Jaina schon fast voll heilt. So, was erwarten uns hier jetzt noch? Nein, ich handle instinktiv.